Musik Herzlich Willkommen zum Wiesnhof-Expertentipp. Ich tippe für euch heute den 25. Spieltag. Dortmund macht einen 2-1-Heimsieg gegen die Hertha. Leipzig gewinnt 2-0 gegen Eintracht Frankfurt. Bayer Leverkusen gewinnt zu Hause 3-1 gegen die Arminiaus Bielefeld. Wolfsburg schafft ebenfalls einen Heimsieg mit 2-0 gegen Schalke 04. Union Berlin und der 1. FC Köln spielen unentschieden 1-1. Mainz 05 verliert zu Hause 2-1 gegen den SC Freiburg. Augsburg verliert gegen München Gladbach 2-1. Stuttgart und Hoffenheim treffen, trennen sich 2-2. Und Werder gewinnt 1-0 gegen den FC Bayern München. So, und jetzt seid ihr dran. Ähm. Was ist das Ding? Und wir schauen λそute sort, Es glaube ich immer wieder hinaus.